Norddeutscher Rundfunk 2021 Norddeutscher Rundfunk 2021 Ich mache zwei Galoppsprünge. Die Galoppsprünge fallen in die Treppe, aber wirklich fallen in die Treppe. Es ist nicht ein Übergang, es ist so ein Flöp. Und da bin ich jetzt in die Treppe. Und dann geht sie auch und dann schnitzt sie in ihren Standschritt. Du willst sie dann aber noch weiter, wenn sie deckt hast? Ja, das schon. Ja, also das schon. Auch den User, oder? Was willst du alles noch mitmachen? Normal. Die Seite ist besser. Ich werde ihn mal nutzen. Hauptsache nicht. Seit die Hild hatten wir in letzter Zeit immer ein bisschen Böse ausritten. Ja. Oder was so nass gewesen ist, wenn du weisst, es ist ja nicht auf die Weikern, es ist ja unmöglich für sie zu nass gewesen. Und das merke ich bei ihr sofort, die drei Pfoten aber dahin. Vielleicht hast du vorgelegt, oder? Ja. Manchmal sag ich eben leider. Ja, das ist ja gleich eine Herzige. Ja, das ist mein Zittermik. Das ist mein Herz. Das ist mein Zittermik. Das ist mein Zittermik. Das ist mein Zittermik. Zittermik. Zittermik Da kann ein Lastwagen kommen, die läuft total lieb und ein Velofahrer ist das gefährlichste. Vielen Dank.